Hey, das ist Elin. Er ist 14 Jahre alt und das ist seine Schule, die Oberschule am Ballering. Heute zeigt euch Elin seine Freizeitaktivitäten. Besonders gerne spielt Elin Klavier. Zweimal die Woche trifft er sich mit seinen Freunden und macht Parcours. Zudem dreht und schneidet er gerne Videos und lädt diese auf YouTube hoch. Seitdem er sieben Jahre alt ist, spielt er Geige. Das ist seine Schildkröte Nelly. Sie frisst gerne Feldsalat. Das war Elin in 90 Sekunden. Ich habe einen Schildkröte Nelly.